Ich bin der Helmut Moser, ich bin gelernter Maurer im elterlichen Betrieb und ich habe mich nachher dann umschulen lassen zum technischen Zeichner Maschinenbau und ich suche seit einigen Jahren eine Tätigkeit, da es diesen Job fast nicht ergibt. Nach 400 Bewerbungen staut sich um ein gewisser Frust an und dann muss man sich halt nach neuen Beschäftigungen oder Beschäftigungsfeldern besser umsehen, wie zum Beispiel Studium Mönchsberg, Reinvest oder Bildungsblog, dass man da sein Frust über Texte los wird und schreibt. Das kann ich halt jedem Arbeitssuchenden so mitgeben, dass er sich da irgendeine sinnvolle Beschäftigung sucht. Ich kann alle nur raten, die in dieser Situation sind, dass sie nie aufgeben, dass sie schauen, dass sie irgendwie weiterkommen, Weiterbildung und vor allem meiner Generation, die doch ziemlich starkhalsig ist manchmal, nahe legen, dass sie ein bisschen flexibler werden. Und ein bisschen offener für Neuigkeiten. Und ein bisschen offener für Neuigkeiten.